Willkommen in den Grauman Lofts. Mein Name ist Lucia Schramm-Kaneda. Ich darf hier die Community aufbauen bzw. Firmenkooperationen entwickeln. Was entsteht hier? Ganz was Besonderes, nämlich neues Arbeiten. Im Grauman Viertel gibt es einerseits die Möglichkeit parkähnlich zu wohnen, aber auch gleich hier sozusagen neues Arbeiten zu leben. Mit dem Grauman Viertel entsteht ein neuer Stadtteil, wirklich im Zentrum von Traun, einem der aufstrebenden Orte in Linzland. Also die ganze Region ist aufstrebend und stark wachsend, überdurchschnittlich wachsend. In den Grauman Lofts entstehen 2000 Quadratmeter Möglichkeiten, so der Begegnungsraum, der ermöglicht gemeinschaftlich kooperativ zu arbeiten, aber auch individuell seine Projekte voranzubringen. Erdgeschoss haben wir Verkaufsflächen bzw. Gastronomie, die werden wir da gleich auch ums Eck das Community Café haben. Im ersten Stock entsteht der Community Bereich. Das ist der Bereich, wo man sich begegnet, vernetzt. Ja, jetzt ist halt eine ganz tolle Möglichkeit, ein ideales Arbeitsumfeld zu schaffen, nämlich regional in Verbundenheit, in Kooperation Projekte zu machen.